Die Digitalisierung stellt den Arbeitsmarkt vor die größte Herausforderung dieser Tage. Und in der Tat, angesichts von Phänomenen wie selbstfahrenden Autos, vollautomatisierter Logistik, menschenleeren Fabriken oder künstlicher Intelligenz, kann man durchaus auf die Idee kommen, zu fragen, ob es denn in Zukunft überhaupt noch Arbeit für den Menschen gibt. Wenn man sich die Debatte genau ansieht, dann stellt man allerdings auch fest, dass diese Debatten sehr stark fokussieren auf das bereits Bestehende, das, was es im Arbeitsmarkt bereits gibt. Und dann landet man unweigerlich bei der Überlegung, was alles wegfallen kann, aber fokussiert weniger das, was vielleicht hinzukommen könnte. Aber schon ein Blick auf die konkrete betriebliche Ebene, was dort im Zuge der Digitalisierung passiert, erlaubt einem die Schlussfolgerung, dass dieses Wegfallen von Bestehendem doch wirklich nur die eine Seite der Medaille ist. Hier auf dieser Folie sehen Sie das Ergebnis einer Betriebsumfrage zur Digitalisierung, die wir zusammen mit dem ZEW durchgeführt haben. Da sieht man, die Betriebe sind durchaus der Ansicht, dass im Zuge der Digitalisierung die Arbeitsproduktivität steigen wird. Also bei höherer Produktivität und gleichem Output bräuchte man dann entsprechend weniger Arbeitsinput. Das ist also genau das Ersetzen von Arbeit. Man sieht allerdings auch vieles Weitere. Das heißt, es geht beispielsweise darum, dass neue Dienstleistungen angeboten werden, neue Produkte entstehen. Es geht um Datenschutz, es geht um Weiterbildung. Also um viele Phänomene, die an sich am Ende auch gemacht werden müssen, also die Arbeit schaffen. Von daher ist es essentiell, in Studien zum digitalen Wandel auch wirklich die Kanäle, über die Digitalisierung wirkt, umfassend abzubilden. Und genau so eine Studie haben wir durchgeführt, die die Kanäle, über die Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt wirkt, wirklich umfassend darstellt. Das heißt, es geht da einerseits um das Ersetzen, aber es geht ganz genauso um die Investitionen, die für die Digitalisierung nötig sind. Es geht um neue Produkte, neue Dienstleistungen. Es geht darum, dass im Zuge von höherer Produktivität Preise sinken können, wodurch Märkte ja auch größer werden. Und es geht darum, dass im Zuge von technologischem Wandel ja auch Einkommen entsteht, das an ganz anderer Stelle wieder eingesetzt wird. Wenn wir alle diese Kanäle gleichzeitig berücksichtigen, dann kommen wir auf ein ausgewogenes Bild. Sie sehen in dieser Grafik einen Vergleich eines Wirtschaft 4.0 Szenarios zu einem Basisszenario, also das Basisszenario, in dem technologischer Fortschritt nur in bisher üblichem Umfang passiert. Was Sie hier sehen, ist was im Wirtschaft 4.0 Szenario über dieses Basisszenario hinaus passiert. Und da kann man erkennen, es gibt sehr wohl einen erheblichen Jobaufbau und auch einen erheblichen Jobabbau. Wir kommen hier auf ein Minus von 1,5 Millionen Jobs, aber eben auch auf ein Plus von 1,5 Millionen an anderer Stelle. Unterm Strich bedeutet das, dass der Beschäftigungsstand nicht sinken wird. Wenn wir uns anschauen, wo die einzelnen Gewinne und Verluste auftreten, dann kommt man auf das im Grunde zu erwartende Ergebnis oben bei den Hochqualifizierten, bei den Experten im Arbeitsmarkt. Da wird es Zuwächse geben. Und unten im Arbeitsmarkt bei den Menschen ohne Abschluss, da wird die Digitalisierung zu weiteren Rückgängen führen. Aber die stärksten Rückgänge sehen wir hier im mittleren Segment, also auf dem Fachkraftniveau. Und das ist vielleicht auch das, was diese Welle der Digitalisierung von der klassischen Automatisierung unterscheidet, wo es eigentlich immer nur um die gering Qualifizierten ging. Wenn man auf die Berufe blickt, dann treten die wesentlichen Verluste in den Segmenten auf, wo es relativ hohe Anteile von Routinetätigkeiten gibt. Denn Routinetätigkeiten folgen einer bestimmten Logik und sind damit sehr gut programmierbar. Das ist beispielsweise und vor allem bei typischen verarbeitenden Berufen der Fall. Also Maschinen, Steuern, Material bearbeiten und ähnliches. Aber auch in vielen Bürojobs. Die Gewinne, die gibt es, wie zu erwarten, im IT-Sektor, aber auch in anderen Bereichen, die eben nicht gut ersetzbar sind. Beispielsweise ist das der soziale Bereich, beispielsweise ist das auch der kreative Bereich oder der erzieherische. Das alles zeigt, einerseits der Beschäftigungsstand wird zwar nicht sinken, aber es gibt große Umwälzungen. Und deshalb ist die Herausforderung die Anpassung. Also der Beschäftigungsstand sinkt nur dann nicht, wenn auch der Anpassungsprozess an diese Veränderungen wirklich gut gelingt. Da weist Deutschland verschiedene Stärken und Schwächen auf, die man sich ansehen kann. Beispielsweise ist Deutschland im Hinblick auf Industrie 4.0 mit seiner Sensortechnik, mit dem Maschinen- und Anlagenbau sehr gut aufgestellt. Das gilt auf der anderen Seite wiederum weniger für Cloud- oder Big-Data-Technologien, die ja gerade der Kern der Wertschöpfung in digitalen Geschäftsmodellen sein können. Die deutsche Wirtschaftsstruktur basiert sehr stark auf dem Mittelstand und der hat sich regelmäßig schon als sehr innovationsfähig bewiesen. Auf der anderen Seite läuft die neue Welle der Digitalisierung aber auf einem Niveau von Abstraktion, Komplexität und Vernetzung ab, die für den einzelnen Mittelständler lange kein Selbstläufer sein werden. Und schließlich gehört zum Kern des deutschen Geschäftsmodells auch die berufliche Bildung. Die weist große Stärken auf, gerade in der Verbindung von Theorie und Praxis, um die wir weltweit beneidet werden. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, der Anteil von Routinetätigkeiten in diesen Jobs, die dort am Ende ausgeübt werden, ist relativ hoch. Und die Felder in der beruflichen Bildung sind oft relativ eng gesteckt, was einen anfällig macht, wenn der Wandel eintritt. Die Routinetätigkeiten unterliegen auch dem Substituierbarkeitspotenzial, das Sie hier sehen. Also da geht es darum, welcher Anteil von Tätigkeiten ist bereits durch digitale Technik eigentlich ersetzbar, hier in verschiedenen Anforderungsniveaus. Da sehen wir bei den Niedrigqualifizierten, bei den Helfertätigkeiten, da ist das bereits ein sehr hoher Anteil. Aber bei den Fachkrafttätigkeiten, also wirklich qualifizierter Arbeit, ist es nicht wesentlich weniger. Und erst beim Expertenniveau, da geht es so richtig zurück. Das bedeutet, ein Kern in der Reaktion auf die Digitalisierung in Deutschland ist die Weiterentwicklung der Stärken der beruflichen Bildung. Man darf die Stärken jetzt nicht über Bord werfen und nur noch auf Akademiker setzen, denn das ist ja gerade der Kern des Geschäftsmodells. Aber es wird wesentlich mehr natürlich um IT-Kenntnisse gehen, aber noch wesentlich mehr um übergreifende Fähigkeiten. Also die neue Digitalisierung heißt ja, dass Arbeitsfelder wie Steuerungsarbeit, Wissensarbeit, Entwicklungsarbeit, Produktionsarbeit stärker integriert werden. Und dementsprechend kommt es auch stärker auf Fähigkeiten an zu kommunizieren, auf soziale Fähigkeiten oder auf Fähigkeiten in Prozessen abstrakt zu denken. Das heißt, in diese Richtung ist eine Weiterentwicklung geboten. Genauso gibt es auch Konsequenzen für die Hochschulbildung. Hier ist ja lange die Praxisnähe immer weiter gepredigt worden und nicht unbedingt alles davon muss falsch sein. Aber im Sinne von übergreifenden Kompetenzen muss man sich gerade an der Universität auch wieder trauen, Akademiker zu sein. Und Akademiker nicht im Sinne von Wirklichkeitsferne, sondern gerade im Sinne dieser übergreifenden Kompetenzen, die ja gerade im Hochschulstudium im Zentrum stehen. Und es gibt auch Konsequenzen für die Arbeitsmarktpolitik. Denn wenn sich die Anforderungen schneller ändern, dann werden auch die Anforderungen an die Arbeitsmarktpolitik größer. Wirklich den Menschen, die ihren Job verlieren, effektiv zu helfen, versiert zu erkennen, welche Weiterentwicklungspotenziale und welche Weiterentwicklungsnotwendigkeiten bestehen. Und diese dann auch umzusetzen und intensiv zu begleiten. Die Änderungen bei den Anforderungen und Tätigkeiten, die haben wir uns auch im Rahmen einer Studie auf betrieblicher Ebene angesehen. Und zwar haben wir im Rahmen der IAW-Stellenerhebung bestimmte Fragen zur Digitalisierung gestellt. Die IAW-Stellenerhebung beinhaltet bereits ein breites Portfolio von Fragen zu Einstellungen, zu Anforderungen, zu offenen Stellen und Ähnlichem. Wir haben nun hinzugefügt, dass wir identifizieren können, welche Betriebe, die dort antworten, in welchem Maße bereits in der Digitalisierung fortschreiten, um so Personalpolitik und Digitalisierung verbinden zu können. Der Vorteil, sich auf Einstellungen zu fokussieren, ist dabei, dass hier Betriebe besonders frei ihre Anforderungen bereits formulieren können und man deswegen Trends wirklich am frühesten erkennen kann. Und hier sehen wir im Vergleich von Digitalisierenden zu Nicht-Digitalisierenden Betrieben, dass Digitalisierung im Betrieb dazu führt, dass deutlich höhere Anforderungen an soziale und kommunikative Kompetenzen gestellt werden. Und genauso geht es um zusätzliche Kenntnisse aus Kursen, also sprich Weiterbildung. Und genau diese Weiterbildung kann man sich auch im historischen Kontext herleiten. Was Sie hier sehen, ist der Verlauf der Arbeitslosenquoten in Deutschland und zwar nach Qualifikation getrennt. Dort kann man erkennen, dass nach der Wirtschaftswunderzeit in den 60ern die Arbeitslosenquoten sich immer weiter aufgebaut haben und das vor allem im Bereich der Menschen ohne beruflichen Abschluss. Das war einmal die größte Gruppe im deutschen Arbeitsmarkt. Aber viele, viele von diesen Arbeitsplätzen sind im Zuge des technologisch-strukturellen Wandels weggefallen. Das heißt, hier kann man erkennen, wenn man im Zuge eines solchen Wandels darauf erst wartet, dass die Menschen in der Arbeitslosigkeit aufschlagen, dann wird man der Entwicklung irgendwann nicht mehr Herr. Das bedeutet, wir brauchen zusätzlich zu der Arbeitsmarktpolitik, die sich eben um Arbeitslose kümmert, und zusätzlich zu der Bildungspolitik, die sich um die Erstausbildung kümmert, auch einer Weiterbildungspolitik für Beschäftigte, um Beschäftigte laufend auf dem aktuellen Stand zu halten, um Beschäftigte in Sachen Weiterbildung zu beraten, in Sachen Weiterbildung zu fördern und um in diesem Zuge auch den großen Vorteil auszunutzen, den man hat, solange Menschen noch im Job sind. Nämlich hier kann man mit den Betrieben zusammenarbeiten, die ja über die wesentlichen Informationen verfügen, was aus Produktionssicht, was aus Marktsicht für Kompetenzen benötigt werden. Dabei darf man sich aber nicht auf allzu Arbeitsplatz- und betriebsspezifische Dinge konzentrieren, denn das liegt ja wirklich in der Verantwortung der Betriebe und diese Weiterbildung führen sie selbst durch. Sondern auch hier geht es aus weiterbildungspolitischer Seite und Sicht wieder um übergreifendere Dinge. Am Ende muss man sich aber auch eingestehen, dass im Zuge eines solchen Wandels nicht jeder unbegrenzt und beliebig qualifizierbar ist. Das heißt, man muss auch darüber nachdenken, welche Beschäftigungsmöglichkeiten es noch in dem Bereich ohne formale Qualifizierung geben wird. Wenn wir dabei auf den Dienstleistungsbereich schauen, dann stellen wir fest, dass insgesamt die Qualifikationsanforderungen schon steigen. Aber auch hier gibt es eine weitere Entwicklung gerade von personenorientierten Dienstleistungen, die nach wie vor größeres Potenzial darstellen könnten. Im Produktionsbereich gibt es beide Entwicklungen, eine Höherqualifizierung, aber eben auch eine Entwicklung von geringeren Anforderungen. Dazu kann es beispielsweise kommen, wenn ja auch im mittleren Segment, wie wir gesehen haben, es zu Änderungen kommt, Jobs umstrukturiert werden, dann bleiben gegebenenfalls Tätigkeiten, die bisher von einem Facharbeiter ausgeführt wurden, aber nicht unbedingt eine Qualifizierung erfordern, auf der Strecke und werden anderweitig in anderen Jobs wieder zusammengefasst. Das heißt, hier könnte zusätzliches Beschäftigungspotenzial entstehen. Und schließlich ist die Debatte, ob Assistenzsysteme, etwa Datenbrillen und ähnliche Technologien, dazu führen können, dass Jobs, die bisher eine Ausbildung erfordert haben, vielleicht auch von Menschen gemacht werden können, die über eine Seuche nicht verfügen. Dort gibt es zwar einige ermutigende Ergebnisse, Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass ein flächendeckender Einsatz, um in großem Stil Probleme zu lösen, wahrscheinlich in dieser Hinsicht nicht nötig ist. Denn auch hier müssen die Möglichkeiten und Grenzen von menschlicher Informationsverarbeitung eingezogen werden. Auch hier müssen die Technologien aufgabenorientiert eingesetzt werden. Und am Ende wird es auch darauf ankommen, Transparenz und Eingriffsfähigkeit bei solchen Technologien sicherzustellen. Parallel zur Digitalisierung läuft schließlich ein weiterer Megatrend ab, gerade in Deutschland, nämlich der demografische Wandel. Was Sie hier sehen, ist die Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials, also des gesamten Angebots an Arbeitskräften über die nächsten Jahrzehnte. Selbst wenn man hier Projektionsunsicherheit, wie in dieser IAB-Projektion dargestellt, mit einbezieht, sieht man, über das nächste Jahrzehnt wird die Zahl von Arbeitskräften in Deutschland um einige Millionen sinken. Damit sind, so bedrohlich das klingt, auf der anderen Seite auch wieder Hoffnungen verbunden. Denn wenn man argumentiert, dass die Digitalisierung Millionen von Jobs verschwinden lässt, dann würde ja hier ein gewisser Ausgleich stattfinden. Also wenn dann die Zahl von Arbeitskräften ebenfalls sinkt, würde es ja nicht zu Massenarbeitslosigkeit kommen. Und umgekehrt kann man sagen, wenn hier die Zahl von Arbeitskräften sinkt, wodurch ja es zu erheblichem Fachkräftemangel kommen könnte, so die Befürchtungen, dann könnte man dieses Phänomen abmildern dadurch, dass man Arbeit einspart im Zuge der Digitalisierung. Unsere Ergebnisse deuten nicht darauf hin, dass es zu so einem Ausgleich wirklich kommen kann. Denn die Ergebnisse zeigen, dass der Beschäftigungsstand und der Beschäftigungsbedarf durch die Digitalisierung gar nicht sinken wird. Ganz im Gegenteil, in der Studie auf betrieblicher Ebene stellen wir fest, dass diejenigen Betriebe, die digitalisieren, viel häufiger von einem Mangel an Fachkräften, also von einem Abbruch von Suchvorgängen am Arbeitsmarkt, von Schwierigkeiten bei der Personalsuche betroffen sind. Das heißt, Digitalisierung kann sogar zu Engpässen auf dem Arbeitsmarkt führen. Das bedeutet, am Ende müssen beide Megatrends getrennt politisch angegangen werden. Die Digitalisierung ganz wesentlich durch eine Qualifizierungsstrategie und der demografische Wandel, beispielsweise durch eine nach wie vor offene Zuwanderungspolitik. In bestimmter Hinsicht kann es aber doch zu einem Ausgleich kommen. Und zwar, wenn wir auf die Qualifikationsstufen blicken. So bestehen ja die größten Fachkräfteengpässe im Moment bei einigen Berufen im technischen Bereich, durchaus auch auf der mittleren Qualifikationsebene. Gerade da haben wir ja aber in unseren Ergebnissen gesehen, dass hier durch die Digitalisierung eine Dämpfung des Bedarfs eintreten könnte, was zu einer Entspannung führen würde. Und auf der anderen Seite findet ja spiegelbildlich der große Run auf die Universitäten im Moment statt. Und da zeigen unsere Ergebnisse, dass gerade auf dem Expertenniveau zusätzlicher Bedarf entsteht, sodass diese Menschen, die an die Universitäten strömen, am Ende am Arbeitsmarkt auch tatsächlich nachgefragt werden. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung wird sich umfassend auf den Arbeitsmarkt auswirken. Sie wird Arbeitsplätze in großem Stil verschieben. Nach einer IAB-Studie könnte das einen Umfang von plus minus 1,5 Millionen Jobs erreichen. Die Digitalisierung wird Anforderungen im Arbeitsmarkt verändern. Also gerade in Richtung IT-Kenntnisse, aber wichtiger noch in Richtung übergreifender Fähigkeiten, wie sozialkommunikativer Kompetenzen oder abstraktem und Prozessdenken. Und schließlich wird die Digitalisierung auch die Arbeit selbst verändern, also beispielsweise die Arbeitsbedingungen. So stellen wir in einer IAB-Studie auf betrieblicher Ebene fest, dass digitalisierende Betriebe an ihre neuen Mitarbeiter deutlich höhere Anforderungen in Sachen zeitlicher und inhaltlicher Flexibilität stellen, als das bei nicht-digitalisierenden Betrieben der Fall ist. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass auf Seiten der Arbeitnehmer der Flexibilitätsbedarf steigt. Das heißt, hier wird es darauf ankommen, neue Wege zu gehen, um zu einem vernünftigen Ausgleich zwischen den Bedarfen zu kommen. Insgesamt sehen wir, durch die Digitalisierung wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Dennoch stellt die Digitalisierung große Herausforderungen an Arbeitsmarkt und Politik. Denn gerade wenn sich Anforderungen ändern, dann wird die Arbeitsmarktpolitik noch wesentlich stärker erkennen müssen, welche Umorientierung, welche Neuorientierung notwendig sind und diese dann auch intensiv umsetzen. Dazu gehört auch, eine Weiterbildungspolitik aufzusetzen. Also eine Weiterbildungspolitik für Beschäftigte, die diese Menschen während ihrer Beschäftigung intensiv in Sachen Weiterbildung berät und die Weiterbildung dann auch fördert. Und schließlich geht es auch um die Zukunft der Sozialversicherung. Bei Arbeitsmarktbedingungen, die zumindest in einigen Bereichen noch mehr in die Richtung gehen, dass die klare Grenze zwischen Arbeitssuchenden und Beschäftigten mehr und mehr verschwimmt. Das heißt, man sieht, am Ende steht unsere soziale Marktwirtschaft im Fokus und die Frage, welche Impulse wir setzen wollen, damit die Digitalisierung auch für unsere wohlfahrtsstaatliche Arbeitsgesellschaft zu einem Erfolg wird. Das heißt, man sieht, am Ende steht unsere soziale Marktwirtschaft im Fokus.